Julianos von Eclanum war Bischof von Elanum und führender Theologe des Pelagianismus. Leben Geboren als Sohn des süditalienischen Bischofs Memorius, heiratete Julianos um 403 Tische, Tochter des Bischofs Emilius von Benevent. Seine kirchliche Laufbahn begann er als Lektor und Diakon an der Gemeinde seines Vaters. Bereits 417 wurde er von Papst Innozenz I. zum Bischof von Elanum in Apollin ernannt. Als einer von 18 italienischen Bischöfen weigerte er sich die 418 von dessen Nachfolger Papst Zosimus verfasste Epistola Tractatoria, durch welche die Lehren des Pelagius verdammt wurden, zu unterschreiben. Wurde daher von Kaiser Honorius abgesetzt und musste 421 Italien verlassen. Wie Julianos in Kontakt zum Pelagianismus kam, ist aus den spärlichen Quellen nicht mehr feststellbar. Überhaupt sind sein Leben und seine Schriften fast nur aus den Angaben und Zitaten in den Schriften seiner Gegner, vor allem Augustinus, zu rekonstruieren. Die überlieferten Zitate lassen jedenfalls darauf schließen, dass er einer der bedeutendsten lateinischen Stilisten unter den christlichen Theologen war. Nach seiner Verbannung aus Italien fand er für einige Zeit Aufnahme bei Theodor von Mops Westia, der wohl mit ihm sympathisierte, sich aber doch genötigt sah, seine Verurteilung durch Kaiser und Papst zu unterstützen. Auch Julianos spätere Versuche, beim Amtsantritt eines neuen Papstes die Verurteilung des Pelagianismus aufheben zu lassen, scheiterten und führten nur zu weiteren Verdammungen durch Coelestini, Sixtus III. und Leo den Großen. Eine Zeit lang wurde Julianos durch Patriarch Nestorius von Konstantinopel und Kaiser Theodosius II. unterstützt, doch endete dies je als Marius Mercator ein Commonatorium de Caelestio, eine dem Kaiser gewidmete Kritik des Pelagianismus. Veröffentlichte, Julianos musste Konstantinopel auf Betreiben des Papstes verlassen. 431 machte die Verurteilung des Pelagianismus durch das Konzil von Ephesus jede weitere Unterstützung faktisch zunichte. Über die letzten Jahrzehnte seines Lebens gibt es nur spärliche und unsichere Quellen. Möglicherweise wandte sich Julianos nach Südgallien, wo später eine semi-pelagianische Richtung weit verbreitet war, und starb schließlich um 454, 455. als Lehrer in Sizilien, Theologie. Julianos war als erster bemüht die Lehrerin des Pelagius und Caelestius, die bis dahin eher unsystematisch in Einzelschriften und Predigten vorgetragen worden waren, zusammenzufassen, zu systematisieren und zu durchdenken, dürfte jedoch inhaltlich in allen wesentlichen Punkten mit den vorgenannten Begründern des Pelagianismus übereinstimmen. Auf dem Gebiet der Gnaden- und Erbsündenlehre wurde er durch seine zahlreichen Schriften zum wichtigsten theologischen Gegenspieler des Augustinus, dem er »Manichismus« vorwarf, der für Julianos darin bestand, dass Augustinus das Böse in der menschlichen Konkirb Essentia, also in der menschlichen Natur, sah. Für Julianos ist hingegen die Sünde eine Sache des menschlichen Willens, der die Freiheit hat, die Sünde zuzulassen oder sich ihrer zu enthalten. Diese prinzipielle Willensfreiheit, die den Menschen erst zu Gottes Ebenbild mache, könne auch durch die Sünde nicht verloren gehen. Denn die Sünde verändere nicht die natürliche Beschaffenheit des Menschen, sondern lediglich die Beschaffenheit seines Verdienstes vor Gott. Augustins Erbsündenlehre ist für Julianos ein Widerspruch in sich, da mit dieser Lehre Gott zum Urheber des Bösen werde. Die Gnade Gottes wirke also nicht in Erwählung und Vorherbestimmung, sondern in körperlichen und geistigen Begabungen des Menschen. Der jedoch für sein Heil selbst verantwortlich ist, mit der Hilfe des göttlichen Heilswillens könne der Mensch, auch der Heide, alle Gebote erfüllen und so durch den Gebrauch seines freien Willens die ewige Seligkeit erringen. Julians Denken versucht, das Menschenbild der antiken Philosophie gegen Augustins neue Lehre zu schützen. Dass sich im lateinischen Bereich der Kirche stattdessen die Anthropologie Augustins durchsetzen konnte, hatte weitreichende Folgen für die Geschichte des abendländischen Christentums in Mittelalter und Neuzeit.